Hallo zusammen, wir haben jetzt einiges hier an Followern und deswegen haben wir uns gedacht, nicht jeder weiß vielleicht genau wer wir sind, deswegen wollten wir uns heute einfach nochmal vorstellen. Ich bin der Patrick, 42, das ist der Boris, 47, gemeinsam arbeiten wir mittlerweile seit 13 Jahren schon jetzt zusammen und der ein oder andere kennt uns bestimmt aus dem Format die Retouren-Profis, die seit Ende letzten Jahres bei RTL läuft. Da machen wir mit und sind jetzt bei der 4. Staffel angelangt und da drehen wir auch wieder die Konkurrenz auf den Kopf. Genau, Patrick, 13 Jahre, das ist ja fast einmal lebenslänglich, haben wir schon zusammen abgesessen hier in der Firma. Kann man so sagen. Krass eigentlich, ne? Ja. Ja Freunde, wenn ihr mehr Infos haben wollt, aus erster Hand, wenn ihr mal Schnäppchen machen wollt, wenn ihr mal vielleicht mitdrehen wollt bei den Retouren-Profis, wenn ihr mal vor der Kamera kaufen wollt, folgt uns einfach auf diesem Kanal. Hier gibt es immer die neuesten Infos. Hier geben wir Infos, wenn wir Live-Shopping-Aktionen machen und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach den Kanal hier abonniert, uns folgt und dann können wir gemeinsam Spaß haben. Also, bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.